wir sind hier immer noch in den hallen der schmerzen den großteil haben wir aufgedeckt da geht es dann runter aber ihr wisst ja ich mag gerne wenn die karte komplett aufgedeckt okay hier waren wir kurzfristig ja mach du da oben weiter alter sind es viele konnten es schlimmer ist bei denen die frauen ja nicht mal bei einem dranstehenden schaden zu machen die langen und dann gehen ihre online und erstattung erst mal wiederholen so gold gold starke heiltrank nennen hallo ok lass mich warum macht ihn zauber wenn alle mots schon tot sind ja irgendwas habe ich eben aufgenommen was ich nicht wollte Ah, stirb endlich. So. Hier ist wieder so ein etwas längerer Raum. Okay, wir arbeiten uns jetzt erstmal hier entlang. So, hier waren wir. Ne, ach doch, da waren wir. Äh, hier waren wir gewesen. Dann gehen wir jetzt hier runter. Machen wir hier unten noch. So, hier unten. Da ist nichts. Das sieht cool aus. Okay. Ja, damals hätte man so gerade so erkennen können, dass es ein Gewicht sein sollte. Okay, hier entlang. Nicht abhauen. Okay. Ist hier sonst noch was in dem Raum? Nö. Nö. Oh, unsere Nachbarn unten drunter sind daheim. Ja, das hört man immer. Nein, nein. 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 also ich sag mal es ist nicht schlimm dass sie zurückkommen also es ist weniger nervig als die anderen fischer wo ich das gebiet so gesehen übersprungen habt ihr die ganze zeit weg gerannt sind oder sich weg teleportiert haben sobald man so angegriffen hat das war ja richtig ok hier ist auch schon wieder ende dann einmal karte an hier okay ah ja so dann fehlt uns noch das teil noch nicht abhauen so hier war man dann gehen wir jetzt einmal hier lang hier unten abdessen wieder auferstanden gut das haben wir entdeckt dann finden wir noch dahinten der bereich wir hatten hier hatten wir hier im stoffwerk an elite noch oder in den oben drüber nein nein ich habe schon wieder heiltränke genommen die ich gar nicht gebraucht hätte so das war's das war's wir sind einmal komplett durch da geht's nach oben wir wollen jetzt da lang hier hoch so die ecke auch noch mitnehmen gut dann hier haben wir ja noch heiltränke moment das ist ein guter das ist ein guter das brauchen wir nicht so verteilen neue werte geschicklichkeit vitalität fertigkeiten ich hätte halt gerne auch den phoenix schlag hier ich sag mal wenn wir hier sind brauchen wir drei punkte bei dem nicht blocken eblößen schatten mantel brauchen wir eigentlich auch nicht das brauchen wir eigentlich auch nicht hier drüben haben wir noch gar keine sachen rein gemacht dann feuerfäuste aufeinander folgende treffer fügen demnächst finde ich nur feuer schaden hinzu kann nur mit glauben ladung 1 feuer schaden ladung 2 feuer schaden radios ladung 3 durchschnittlicher feuer schaden ok ich würde jetzt erstmal hier drauf gehen weil wir wollen ja komplett neu verteilen ich würde mal eine neue her gut gehen wir runter das ding ist jetzt aber nicht genau genauso groß oder so ich würde erstmal hier unten hingehen habe man als herr mit höllische verfügung sind ja der name ist besser als das was die letzten hatten hier unten ist ganz schön betrieb man erfahrungsschrein ja 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 guck mal die kriegen hier so das ist nix wo würden sie denn schon wieder hin wo kam der denn her ok ich weiß nicht ist der boss jetzt hier unten oder hier oben irgendwo der kann überall sein schädel schädeln muss man mitnehmen weil das jahren sockel gegenstand nein ich komme nicht mehr raus schatten da schädel 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 okay hallo ich hasse das wenn die abhauen und mal so ewig weit hinterher rennen so eine ruhe gold heiltrank ich wollte eigentlich hier drüben erst mal weitermachen aber was war das machen wir erst morgen